Guten Morgen, wie wäre es mit etwas Sämigem? Nein, so war das nicht gemein. Hahaha, geil. Schön. Cool. Okay, das war's hier. Diesen hier. Dann gucken wir nochmal bei Papiertiere. Nein. Und nochmal bei Ivor. Hat auch nichts Neues. Gut. Er mag seinen neuen Beruf, das ist schon mal gut zu wissen. So, meine Binse. Die warten noch ab, bis sie fertig ist. Ich würde sagen, hier fehlt eine Mauer oder was? Oh, das ist aber nicht gut hier. Das will ich aber nicht. Ach, du dicker Hering. Können wir lassen. Das kann weg, alles hier. Weitere, schweitere, schweitere, das kann weg. Das kann weg, alles gibt ja noch ein bisschen Kohle hier, ne? Den Röstlichen behalten wir. Pignate ausgeschlüpft. So, das heißt, jetzt haben wir drei Newt Cards hier. Newt Cards 3. Das müsste Newt Cards 4 sein. Ich erhebe jetzt aber mein. Guck mal, können wir jetzt was geben, oder was? Hörst du mal, nein. Hörst du mal, nein. Ja, ich bin Professor Pester und ich bin hier, um dir etwas weit zu bringen. Du bist du des Lassen, bitte. Du bist du ein, was du machen kannst, oder dein Alter oder kleiner Gast. Du bist gleich. Meine Achtung zu dürfen, die Rautos, hast du sie gut kennengelernt. Du hast wirklich Glück, endlich kann dir richtig geraten sein. Der Name gefällt mir gar nicht. Wie viele Schokomünzen soll der Helfer bekommen? Fuck it. Professor Pester, Alter. Das hat sich schon mal beschissen an, Alter. Ich weiß nicht genau, was für ein Professor eigentlich ist. Ich weiß auch nicht, wo er studiert hat. Ich weiß aber, dass er gern böse Pläne ersinnt und mit vielen Rowdies rumhängt. Und deshalb möchte ich ihn lieber nicht persönlich fragen. Kommt, 3000 muss reichen. Okay, es reicht ihm anscheinend. Wir haben ein neues Kapitel freigeschaltet. Freude steigt in mir auf. Und werden zugleich reingucken. Ich wollte eigentlich schon längst aufhören, eigentlich. Spielauszeichnungen. Geschichtenbuch. Kapitel 10 Der alte Mann hat mich im Hafen abgeschüttet. Ich habe nie auf dem alten Schlagel nicht geprüft. Ich habe nie auf dem alten Schlagel nicht geprüft. Ich habe nie so spätet. Ich bin sofort im Garten. Es war, als wäre mein schlimmster Haufen von Badeuor. Die Behausen werden die Anlasswannen zerstört. Die Pflanzen alle zertrocknet. Und der Boden ausgeschüttet und hat die Wälder. Nie versachte sich im Haus. Sie erklärte mir, dass Stardoss in den Urwald gegangen sei, um Lester zu spät. Sobald er außer sich treten war, ist eine Bande raus, ist eingetrocknet. Sie haben den Garten zerstört. Mein Tag wurde in Stücke geprüft. Alle fing da zu spät und sie haben Lester zu spät. Nein, ich kann ihn nicht mehr Lester nennen. Lester würde viel besser zu ihm passen. Stardoss war in Sicherheit auf Egg Martin. Und sie hatte keine andere Wahl, als weiter Eier an andere Gärten zu liefern. Klein Cedoss war mit seinen Shelly Beans in den Sumpf geflüchtet. Waren eine Weile lang seine ganze Familie. Es scheint ihn wirklich verhindert zu haben. Jetzt gibt er Samen, genau wie Shelly Beans und nennt sich Cedoss. Stardoss wurde nicht mehr gesehen, seit er in den Urwald geflüchtet ist. Aber im Garten treibt sich jetzt eine seltsame neue Gestalt auf. Da ist als das Stardoss bekannt. Und er macht einen Angst. Aber manchmal erinnert er mich an jemanden, den ich meinst. Mutter ist nicht nach dem Jadda-Ilen zurück. Und er kann schon hinterliegt sie gerade ein Wahnsinns-Ampel. Und jetzt sind wir wieder da, zu suchen. Ah, cool. Also, ähm, Cedoss war ja, äh, 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 der Shelly, äh, Shelly Beans-Freund. Also Stalkos, ne, wie er hieß. Ja, Cedoss, Cedoss war jetzt, äh, nennt sich jetzt Cedoss. Cedoss nennt sich jetzt Cedoss. Ja, ist ja auch, äh, total anders. Okay, ich muss mich gerade wieder ein bisschen einfinden, weil ich hab die letzten Kapitel jetzt irgendwie, ja, Detail vergessen. Das war der. Liefers war die Tochter. Und die andere war auch Tochter und ist jetzt auf dem Berg die Eier verteilen. Ähm. Äh. Stardoss ist jetzt das Stardoss, das auch voll schwer zu erkennen ist, weil einfach nur ein Dada vorgestellt worden ist. Und. Okay, jetzt hab ich den wieder eingefügt. Ah, und Lester ist jetzt. Ah, Lester war der Typ, der so faul war und mehrere Pinatas auf einmal reinquetschen wollte, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und er ist jetzt dieser Dr. Pester. Verdammte Scheiße, Alter. Ich will nicht herausfinden, was der kann, Alter. Oh, was der zerstört. Das will ich einfach nicht wissen, ey. Okay. Das waren anscheinend alle Kapitel. Weil hier gefängt unten fängt unsere Geschichte an. Wäre jetzt endgeil, wenn der jetzt alles aufschreiben würde, was wir jetzt hier so getan hätten, weißt du? Und das dann so, äh, weitererzählen würde halt. Einfach nur, einfach nur so. Weil's eigentlich cool wäre. Ich fänd's richtig nice. Braucht es aber lange hier. viel, viel Tannen. Ja, dann werd ich jetzt mal hier draußen hinlegen, falls dann doch mal ein... viel ich noch mal kommen sollte. Bis ich hier gleich zugreifen kann. Sonst gibt's keine mehr? Ne, er hat nur die beiden abgeworfen. Ey, ich bin so kurz davor, einen Donut zu haben. Ein Kongusgeschlüft. So, noch ein Newt Guards. Verkauft. Gucken wir mal kurz zum Garten, was hier los ist. Oh, hat sich wieder in Grenzen gehalten, alles. Sehr schön. Kannst du uns helfen? Batch-Cycle. Batch-Cycle. Hatten wir doch jetzt letztens, ne? Haben wir doch jetzt bekommen, richtig? Müsste ich mal... Ja, Batch-Cycle haben wir heute bekommen. Muss ich jagen lassen. Müsste ich noch ein Häkchen machen eigentlich, weil ich hab ja jetzt die Liste angefertigt. Ja. Hey, hast du Arbeit für mich? Ich werde allmählich unruhig. Denk an. Das Batch-Cycle wird jetzt gejagt. Komm schon, lande hier drinnen. Ja, leck dich mal durch die Wand durch. Äh, äh... Ich brauch echt diesen Wolf, hat er gesagt, der Typ. So, jetzt werde ich mich gleich, wenn ich hier fertig bin, werde ich mich erstmal darum informieren, wie man jetzt einen Donut hier reinkriegt. Das ist zum Kotzen langsam. Ich hab alles so gemacht, wie er es eigentlich braucht. Hier ist nix. Der Arsch findet nix. Was zur Hölle? Was auch immer das jetzt war. Ähm, Batch-Cycle nochmal. Achso, ein Schwabonis. Schwabonis. Wir müssten uns auch mal direkt aufschreiben hier. Ähm, Batch-Cycle. Er kriegt jetzt einen Haken. Und, wie hieß jetzt nochmal? Es wunderschöne Schwanvieh. Schwananes. Schwananes. Keine Ahnung. Sesshafte Pinata. Enzyklopädie. Pinata. Ähm. Ach, Dragonfly hab ich auch noch nicht aufgeschrieben, richtig? Dragonfly. 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 Aufgeschrieben. Vielleicht können wir von hier aus auch einsehen, was die jetzt eigentlich brauchen. Äh, Schwan... Na super, Schwanana. Okay. Schwanana. Auswählen. Du bist Gärtner der Stufe 27 oder höher. Oh, Entschuldigung. Und der Garten ist 20.000 Schokomünzen wert. Ah, okay. Bedingung fürs Bleiben. Du hast 250 Quadratpinometer Wasser. Wenn ich jetzt wüsste, was ich davon schon erfüllt hätte. Aber jetzt... Können wir ja schon mal so ein bisschen einsehen. Das ist ganz gut. 200 Quadratpinometer und 20.000. Ach, hier. Das wollte ich mal gucken. Bis Gärtner Stufe 27 oder höher. 28. Ich bin jetzt 28. 260 Quadratpinometer Wasser. Ach, okay. Das ist jetzt nicht so viel. 28 bin ich ja jetzt. Ähm... 220.000. Das müssen wir merken. Stufe 26 höher. Du hast 125 Quadratpinometer... Wasser. 200 Grad. 200 Grad. Äh, 200 Prozent. Halt. Das Auftauchen. Besuch. 18 Brombeeren im Garten.